Ich lese euch heute mein Lieblingsweihnachtsgericht vor. Und das geht so. Eine winzig kleine Laus saß einst im Bart vom Nikolaus. Sie zwickt ihn hier und zwickt ihn dort. Will er sie packen, hüpft sie fort. Da schimpft der alte Nikolaus mit dieser frechen kleinen Laus. Er geht ins Bad, macht schnipp und schnapp. Die Laus erschrickt. Der Bart ist ab.